Also, in einer dreiviertel Stunde machen wir Schluss, ne? Äh, Jumpf. Genug Zeit, meine Sachen zusammenzupacken. Danke. Ja, wir haben ja gleich noch einen Server-Reset, ne? Hm, an drei Minuten oder so. Dann spawnen wir einfach schnell wieder rauf. Hm, jo, klar. Vielleicht hustet ich dann auch nicht mehr. Jetzt übelst Bock auf dem Auto. Ist so. Oder ein Heli. Wollen wir jetzt eigentlich die Häuser abgrasen? Oder wollen wir erstmal gucken, dass wir in die große Stadt kommen? Oh, weiß ich nicht. Auch nicht, weswegen frage ich auch euch. Wir müssen mal an der Tankstelle gucken. Den Fallen, Jellycan. Wir sind so eine kleine, ne? Ne, die sind fast am Boden gepackt. Packen den, packen, packen den Boden. Hier ist eine Engine. Ach, ich hab da eine. Dann brauchen wir keine zweite. Komm, wir sind hier am Arsch. Ey, wir sind in Paris. Wir müssen gerade aus, weiter. Ja, ich komm hier. Wir müssen fragen, wie spät ist es. Boah, komm mal, jetzt ist das jetzt schon... Watt? Das sind 11 Grad mal. Wie viel? Die Taten laufen hier irgendwie anders. Die erste Stadt, kein Auto. Das ist ein Nachtgeben-Candy hier. Glaub ich doch, ein Daylight-Server, oder was? Ja, klar. Könnte niemand so lange hell sein. Ey, wir spielen ja nur auch schon die ganze Nacht. Und heute tagsüber haben wir auch gezockt. Völlig schade. Nachtsicherheit oder sonst gut. Wieso, hat doch Spaß gemacht, das zu holen, oder nicht? Ja, wir laufen jetzt die ganze Zeit an so einen kleinen Städten vorbei, ne? Ich bin aus. Oh. Boop, das wäre jetzt auch blöd, ne? Hat er nur noch zwei Sitze, ne? Doch, er hat nur zwei Sitze. Das ist halt ein bisschen der Abfuck. Oh, so langsam werde ich auf dem Ende. Ja. Dammit. Kaufhaus oder ein Hotel? Büsche. Hier ist ein Supermarkt. Wollen wir da rein? Klar. Boah, das leckt gerade übelst bei mir. Leckt das bei mir immer in Supermärkten? Sie lecken immer im Supermarkt. Hei, 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 hei. Gibt's von euch einer überhaupt mit in Supermarkt? Jetzt nicht mehr. Brauchbar, das ist auch eben. Boah, fuck. Würde ich mal sagen, geht mal raus, Jungs, ne? Wenn ihr die Zombies geklischt habt. Wer war das gerade? Ich, oh Gott. Oh Gott. Das, oh Gott. Was ist denn, oh Gott? Alles rennt weg. Server restart in einer Minute. Ja, bleiben wir jetzt im Kaufhaus oder was? Ich geh raus, Jungs. Oh, da fehlt... Ja, wenn es sowieso restart ist. Alles klar, dann müssen wir es löte. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daisy. Und ja, jetzt war das Server restart. Und jetzt machen wir weiter, da wo wir aufgehört haben. Es ist jetzt mittlerweile wie spät? Halb fünf. Halb fünf Uhr morgens. Ja. Ja, also nicht wundern, dass wenn wir ein bisschen Mundfauer geworden sind. Aber es ist jetzt schon 10 Uhr spät oder früh. Hier ist sogar eine Fire Station in den Ort, ja. Ja, echt? Aber hier ist gar nichts neu gespawnt. Doch, hier ist jetzt vier neu gespawnt. Wir können auch noch im Auto spawnen jetzt gucken, Jungs, wenn ihr Bock habt. Yo. Geil, dass die Katze hier gerade voll durchkriegt. Der ist weit weg, Mann. Der ist, der ist... 400 Meter weit weg. Oh, das ist auch nicht weit weg. Ja. Jetzt sind doch die Magazine wieder, Freunde. Yes. Lass mal hin, aufgeh. Jetzt kann man Autospawn. Wo denn? Wo ist der Schwarze? Au, der hat mir einfach in die Fresse. Hast du das gesehen? Frech, der Zombie. Frech. Lauf ich geduket eigentlich? In Deutschland würde es so weit nicht geben. Kann mal einer gucken, ob ich geduket laufe. Nein, läufst du nicht. Wie siehst du das nicht? Wind, wind. Ich hab meine Brille nicht auf. Ich hab meine Brille wirklich nicht auf. Hast du wirklich eine? Ja. Gibst du dich nicht? Sorry. Weil ich sie nicht auf hab? Ja. Tut mir leid. Nächstes Mal dann mit. Ich lauf jetzt mit Night Vision rum. Was geht er? Ein Trottel. Ich mach auch meine an. Das Zombies oder ist das was gespawntes? Das sind Zombies. Zwei. Vier. Drei sogar. Zack, zack. Wo ist denn der Autospawn? Zack, tot. Wo seid ihr denn? Rennn, nigger. Rennn, nigger, 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 nigger. Die arische Kettensäge, ne? Ich check grad aber, weil hier scheint nix zu sein. Könnte ja von mir kommen. Oh, ein Zombie hinter uns. Nein, wir werden alle drauf gehen. Ich glaub, die Fahr ist übelst laut, ne? Kann sein. FHL? Ja. Kann sein, aber die ist geil. Aber die ist voll laut. Geil. Ja, die ist voll laut, ne? Aber die ist geil. Du bist irgendwie lauter geworden. Bin ich lauter geworden? Ja. Kann sein, ne? Hier ist kein Autospawn. Hier ist kein Auto. Aber da oben könnte noch ein Auto spawnen. Ja, oben auf dem Haus. Ja. Genau. Nach nem Haus drinne rein. Aber da ist auch kein Auto. Wollen wir jetzt hier weit, wir können jetzt hier trotzdem weiterlaufen. Ja. Denk ich, oder? Schickidig, ding, ding, ding. Schickidig, ding, 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 ding. So können wir. Hä? Fühlt ihr nicht? Achso. Wir müssen jetzt hier an der Straße, äh, links. Wir müssen jetzt hier an der Straße links. Ich glaube, wir müssen an der Straße links. Wir müssen eigentlich an der Straße links? Weiß nicht, frag mal Arkay, der weiß das. Arkay, wir müssen an der Straße links. Jo. Okay. Na, war nur total platt. Jo. Jo. So, Leute, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Action sehen, die letzte halbe Stunde. Okay, er hat, äh, hinterlässt Fußspuren. Hm. Ja. Du, hinterlässt Fußspuren. Wette, das Einzige, was wir in der halben Stunde jetzt machen, ist Laufen. Achso. Hättenlässt auch Fußspuren. Wir hörten alle, der lassen Fußspuren. Krass. Deswegen folgen wir uns die Zombies. Gehen wir die Zombies gerade auf dem Sack? Ja. Verstehe ich gar nicht. Wo läufst du denn hin? Wer hätte euch laufen. Der kommt, der Jussel schießt. Und er läuft. Und er läuft. Jaaaaaah. Was heißt es eigentlich, wenn die Waffe grob blinkt? Dass du in Combat bist. Dass du in einem Gefecht bist und dann die Karte nicht auslockt. Nee, das heißt eigentlich, dass sie Waffe vielleicht explodiert. Da oben ist wieder ein Tierchen. Haben wir ja genug Essen. Genug kann man nie haben. Wieso hast du dein Nightwishen ausgezogen für mich? Was soll das? Ausgezogen auch, ne? Wird's einfach porno rös. Boah, ich darf gleich richtig rennen dann, alter. Heftig. Was, du riechst mich rennen? Ich darf mich richtig rennen. Was hast du denn gesagt? Ich darf gleich richtig rennen dann. Achso. Ich hab schon nicht dachte, ich riecht dich rennen. Also jetzt ist nur alles kopf zu spät, du. Ich denke, du musst dich ändern. Ich denke, du stinkst noch Lende. Das ist alles scheue. Boah, scheiße. Übermüdet sollte man nicht spielen, glaube ich. Ist so. Die Katze spricht mit einem Ständer. Was kommt denn? Katze hat einen Ständer. Nee, das ist der Weib. Egal. Das wär's denn Karte. Der gestiefelte Karte. Manchmal ist weniger mehr. Also ich guck mir diesmal auf jeden Fall alle Folgen von dem Let's Play an, alter. Weißt du doch, echt? Weißt du doch, ich weiß, worauf es geht, der ist. Ähm, Sturm, Sturm zieht auf, ich krieg ne Latte. Musst du um 5-4 los oder musst du um 5 packen? 5 packen. 5 kacken. Ja, ich muss 5 kacken. Aber ich hab ne 5 im Nacken. 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 Oh Gott, ich penne gleich ein. Ach, Quatsch. Wo mehr klänzt, wie ihr so verstanden würd ich dann sagen. Ach, Quatsch. Oh, das ist das Jagd. Das ist das Jagd. Hab ich's? Nein. Das ist wie auch ne wichtige Jagd. Alter, das ist aber schwer. Verballer doch einfach der ganze Magazin nach so'n dummen Hasen. Wir den kriegen. Ich will. Ja, aber nur ich will. Ja, wenn we will. Auf der linken Seite ist auch eins. Wer was will, der kriegt was auf die Brillen. Meine Kinder mit dem Willen kriegen was auf die Brillen, du Spaß. Genau so meine ich das ja auch. Du konntest es nur nicht sagen. Dann was hast du auch immer so zu den Kindern damit, ne? Wer was? Ne. Wer, was? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Arkay ist eingepennt. Arkay. Du musst dich immer zwischendurch mal umdrehen und gucken, ob sein Charakter noch läuft. Kinder mit dem Klinge eins auf die Brillen. Kinder, was? Kinder, die jemand will? Ne. Kinder mit dem Willen. Hast du Kinder mitten im Willen kriegen was auf die Brillen, du spaßt? So sagst du das immer zu den Kindern. Wie man auf die Brillen, du spaßt? Penny, du solltest dich zwischendurch mal umdrehen und gucken, ob Arkay noch läuft. Weil wenn er nicht mehr läuft, ist er eigen gepennt. Er ist ja, jetzt ist er irgendwie ne Neger. Jetzt ist er irgendwie ne Neger. Jetzt ist er irgendwie ne Neger. Scheiße. Wenn wir nicht wüssten, dass du schwarz wärst, hätt ich dir den rassistischen Untertonen echt abgenommen. Guck mal, guck mal wie schwarz er wird. Schwarzer Humor. Sehr schwarzer Humor. Die Scheiße ist, wenn wir das nächste Mal auf dem Server spawnen müssen, hier noch mehr laufen. Guck die schwarze aggressiv, Alter. Ja, der Pikachu hat sich ganz aggressiv angeguckt. Oh, der läuft auch noch hier. Der verarscht dich. Ich schieße mir ins Bein, Penny. Nein, hör auf jetzt. Na, da kriegt er wieder gleich den Heulkrampf, ne? Ja. Weil wir kein Morphin mehr haben. Das wäre nicht so schön. Hauptsache das... Wie steh mich das nochmal? Wir sind aus dem Hubschrauber geflogen, da war ich doch unmächtig und du auch... Ich hatte noch Epi-Pans dabei. Ich hätte mich locker wieder... Du kannst dir keinen selber an Epi-Pan geben. Ne? Das war ja schon, wenn ich... Ich wollte gerade sagen, wenn ich unmächtig bin, das ist... Wie sollst du da ins Inventar kommen, Alter? Du kannst doch nicht, wenn du echt unmächtig bist, kannst du dich schon nicht selber versorgen. So, ich wäre jetzt unmächtig. Jetzt bring ich mich mal wieder auf. Doch. Das geht aber nur, wenn du schwarz bist. Ja, ich kann das. Dass wir überlebensinstinkt. In Afrika überlebst du uns nicht. Wir sollten echt aufhören aufzunehmen, Alter. Ja. 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 Ja.